Hi Freunde! Willkommen zurück in Astroflux! Wir müssen immer noch seit 2 Stunden... ...gefüllten 2 Stunden... ...diese scheiß Minimutten killen. Haha, das gehört mir, du Arsch! Big Muddle Squab! Woher geht's noch was? Komm, was lassen wir jetzt? Gehen wir da hoch? Vielleicht gibt's ja noch mal so einen Bunker von denen. Das ist zwar nicht verlauber, wer weiß. Nein, jetzt nicht. Ein Maul ist tot. Schon mal etwas. Nichts, was ist. Jetzt nur eines Neues tot. Gut, gut. Was macht mit einem Blümchen? Benjamin Blümchen. Wo war's denn? Ich dachte da oben gab's ja irgendwas. Da gibt's aber Möttchen wieder. Was war denn DAS? Ach, der Antihatronbombe. Blümchenbombe. Lebt noch eins. Jetzt nicht mehr. So. 327 von 500. Ei, 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 ei. Euer Christian. Du hast alle Flüchtlinge gesehen. Ich muss den Cyber-minere Flüchtlinge gesehen. Man kann viele Flüchtlinge gesehen haben. Man kann Jürgen wie der Flüchtlinge gesehen haben. Wundt werden mit einem Flüchtling geplant, DOB und der Flüchtlinge gesehen. Und die Flüchtlinge gesehen haben. Man kann aufhören. Oh, es ist ein Flüchtlinge gesehen. Der Flüchtlinge gesehen hat sich davon abgeret, Untertitelung des ZDF, 2020 Oh man, ah, jetzt Oh man, ah, jetzt Oh man, ah, jetzt Okay, wieder ein bisschen mehr Ach, ich gehe doch dahin, wo ich hin will So, ich gehe wieder da runter Ah, da gibt es ordentlich was zu killen Freundchen, wo bist du? Da Uiuiui, dass der mich gerade nicht abgemurkst hat Maul, verreckt, dummes Maul Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man Maul, oh man So, dann geht es mal wieder nach unten. Dann geht es mal hin. So, 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 dann geht es mal hin. Maul ist für die Mauler machen die kleinen roten Mischdinger immer, die müssen alle tot sein. Oh ja, die kleinen roten Mischdinger mehr. Wo sind meine kleinen weiten Dinger? Da schießt und der eine. Ach, ein einziges Ding. Ach, die Mission ist fertig. Okay, dann soll es mir recht sein. Die Mission mit den kleinen Schwanzlochen. No, diese Jolle ist gut so. Hey, hey, hey. Oh. 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 Meine Mutti! Meine Mutti ist auch lecker kaputt. Komm vorrück! Gut. Gut. Ich lebe noch. Die Feinde sind tot. Naja, nicht alle. Premium Fuzzi ist tot. Das ist meine Stoikathane. Oh, gut. Okay. Ach, da können wir auch wieder hoch. Oh, nicht schon wieder die Mylor. Einer von meinen Zweien ist tot, glaube ich. So wie das hier aussieht. Naja, der andere hält ja auch noch nicht viel aus. Das ist kein Wunder. Jetzt düsen wir noch kurz da hoch und gucken was es da gibt. Können wir auch kurz den da noch holen. So. Ach ja. Kommt an was? Nö. So. 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 Ja, ihr wisst sicher was ich vorhabe. Natürlich Recycling. So. Davor aber noch mal kurz da hoch. Oh. Verdammte Mylor. Oh. Alle drei auf einmal. Gefällt. Gut. Gehen wir noch zu dem anderen da rüber. Dann recyceln. Und dann ist das auch fertig für heute. Ach, wieder mal ein Mütchen. Ein Premium Mütchen. Lässt gleich ein Artefakt fallen. Genau. Die Link-Raketen sind schon geil. Da braucht man nicht zielen. Da muss man einfach nur feuern und die erledigen alles. Das heißt, wenn einer mal abhaut. Und verfolgen ihn gnadenlos. Außer der ist natürlich aus Reichweite. Hehe. So. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da. Wie sieht es mit der Artefakt aus? So, ja. Haben wir auch wieder. Die lassen wir jetzt mal so. Grün. Energy resist. Oh fuck. Das weg, das weg. Okay. Kinetic energy. Hm. Lasst mir mal. Okay, recyceln. Take all. Take off. Take on. Und select all. 9000 Stahl. So. 14.500. Das reicht nirgendwo hin. Hm. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, das war's für heute wieder. Und... Es geht übermorgen weiter. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute.